Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von LaraCraft and the Guardian of Life. Jetzt habe ich es mir endlich mal gemerkt, nachdem wir gerade in der Pause kurz raus geguckt haben. Heißt das wirklich so, oh ich guck mal Munition. Und ich würde mal sagen, der Aero hier neben mir macht mal wieder Krach. Wie ist es mein, hä, wie ist es? Hä? Uahahahaha! Sag doch, wer macht Krach. Wer macht Krachsverzauerei? Meine Punkte, meine Punkte! Nein, erster Punktchen. Ach, das ist das Labyrinth, dass man ohne Giftschaden überstehen soll. Ach so, hä, witzig. Haben wir doch voll drauf. Hey, meine Punkte! Ach so, ja, ja. Aber, ähm, wir haben in der Pause kurz nachgeschaut und bräuchte 390 Punkte, um eine Handkanone zu bekommen. Ach so, eigentlich das Unmögliche. Musste das sein? Ja. Ja. Ah ok, musste wirklich sein. Um jetzt nur beeilen, da wegzukommen. Ach, schau mal. Ach, jetzt halt doch alles fix. Warte kurz. Das darfst du aufmachen. Äh, ja. Warte kurz, da habe ich meine Hand. Da habe ich ihn. Ey, ist dir das aufgefallen? Wechsel mal nochmal die Waffe und dann schaut auf den Rücken von dem Charakter. Gleich. Wenn wir dann unseren Charakter wiedersehen. Man sieht sogar die Baffe. Jetzt gehen wir da rein. Ok, sehr gut. Das ist schön. Dann sieht man nämlich hier sogar die Baffe, wie ich sie wechsle. Bei meinem Schild ist hier nicht so gut. Aber bei der Lehrer ist das gut zu sehen. Ja. Von mir aus kann es weitergehen. Ja. Ähm. Noch irgendwas? Nein. Nö, nö. Sagt ja doch das Munitionslager am Anfang. Oh, hepp, 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 hepp. Hey, hepp. Au. Oh, guck mal. Krach. Das tut er krach gleich. Ha, 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 ha. Wir sollten uns gleich noch ein bisschen umgucken, bevor wir da reingehen. Meinst du nicht auch? Wir waren euch noch nicht überall. Nicht? Natürlich ist so ein Weg, wo man nicht mehr zurückkommt. Zum Beispiel haben wir noch irgendwas nicht erkundet. Sicherlich haben wir irgendwas nicht erkundet. Ich bin mir sicher. Da waren wir schon. Eben. Da steckt sogar noch mein Speer. Da steckt sogar noch mein Speer. Guck mal, ich kann euch da nicht drauflaufen. Durch mich geht der durch. Ja, aber ich... Der Angeber läuft gleich auf dem Speerchen rum. Ich kenn's halt. Ich hab halt so zart beseitete Füße. Da war's sicher ganz sicher. Da war vorhin was. Ich bin mir ganz sicher. Vorhin Sumpf, wo ich unbedingt hinwollte, weil da ganz viele Schätzchen lagen. Schätzchen? Guck mal hier. Siehst du? Ist doch analog. Legistan... Legistaniker. Legistaniker. Ja. Genau. Oh Gott, ich hasse dieses Wort. Ich will ein... Legistaniker. Ja, guck. Nein, das macht keinen Sinn. Legastheniker vielleicht? Legistan... Nein, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Ich lassen das jetzt einfach, okay? Ah! Es wird nass. Du bist einfach so. Da geh ich jetzt auch rein, oder? Wie sich halt gehört, ne? Ja, für eine Dame. Da haben wir... Das... Da... Ja... Da unten hat's Munition. Wir können auch mal rein. Nein, nur... Du brauchst Munition. Hör auf! Hör auf, nur du brauchst Munition. Okay, ich leg's dann auf. Äh! Komm nicht um die Kurve. Bin einfach zu fett. Da sind halt noch deine Dinger. Ja, ja, ich hol die schon noch. Da ist nichts. Doch, da ist auch was. Da... Alles was bringt, will ich haben. Da ist was, also da. Also bitte aufhören, auf irgendwelche Punkte zu schießen in der Welt. Genau das meinte ich. Komm mal mit, Pit. Komm mal mit, Pit. Wow. Ich bin doch schon da. Ich komm doch schon. Da hätten Punkte. Will haben. Der, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Links oder rechts? Na, am besten mal geradeaus. Danke, da waren meine Punkte. Meine Punkte würde ich sterben. Warte, da lang, wo ich. Da lang will. Aua. Schmeiß mal so ein Spärchen da hin. Scheiße. Na komm, ich hab ihn genagelt. Ja, ja. Da, da, da. Für die schlechten Witze. Aero kennt das. Ich bin eigentlich nicht so einer für schlechte Witze. Als ob's mit Shaved the Egg besser wäre. Ohne Witz. Was mit? Shaved the Egg. Ah, okay. Ja, klar, klar. Ich hab kurz gebraucht, weil ich diesen Spieler oder seinen Spielernamen leider nicht kenne. Wozu auch? Jetzt hab ich's kaputt gemacht. Höh? Warte mal, war der eben schon tot oder waren das zwei? Du bist an zwei oder waren das? Ja, weil ich hab aus dem auch noch Punkte gewonnen habe. Meine Punkte, lass mich. Wuhu. Wihihi. Ohohoho. Der tot. Der lebt mich wieder. Bitch. Das hab ich kaputt gemacht. Ja, egal. Willst du da hoch? Was war das denn jetzt? Ja, lass mich mal da hoch. Oh. Du. So, komm mal ganz hoch. Ja komm, schieß mich erst ab, bevor du mich hoch. Ähm. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Will ich mich wieder loslassen? Was tust du? Wieso tust du das? Ja, sehr schön. Jetzt mal. Nein, da kann ich nicht hinwerfen. Hol mich mal rüber. Ja. Dusch. Da verdient natürlich wieder kein Leben. Das macht doch völlig... Kannst du mich mal loslassen? Nee. Das sieht so blöd aus. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Weitere Punkte? Ja, ja. Ah. Ehe, ehe. Fust. Oh, da steckt der. Da steckt der schwer von mir. Nein. Sooooooo. Au. Also, spielerisch hochwertig können, kann man uns echt nicht nennen, ne? Hey, guck mal. Ich bin hier hinten, vielleicht willst du mitkommen. Ich weiß nicht, das ist blau, ich weiß nicht, ob wir da langlaufen sollen. Da halt, halt, halt. Nein, da wollen wir nicht lang, da wollen wir noch nicht lang. Das ist noch entscheidend. Wer kann sich mal aufhören, hier rumzuschießen? Komm mit, wir gehen nochmal da rüber, da ist blau. Blau ist, glaub ich, immer noch Mission, oder? Ich glaube, ja. Musste das sein? Halt, da ist ein Schädel, hol den Schädel. Ja, natürlich muss es sein. 7 von 10, so viel hatten wir noch nie. Doch, wir hatten einmal 10 von 10. Ja. Äh, das war jetzt sehr sinnvoll. Ja, dann sind wir den Schädel nicht gekriegt, ne? Na! De, 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 de. Ah, ich heiße den noch kurz. Ne. Wir hätten hier mal mitzählen sollen, wie viele Kills man gemacht hat. Oh. Oh. Sexy. Sexy. Sexy and no. Ich würde sagen, Zeit, die Waffe zu wechseln. Oh, ja. Äh. 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 Nach hier hin. Okay, da ist noch Platz. Okay. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Da, guck da! Ach, wir müssen gleich rüberlaufen. Und dann war das zerstört, dann müssen wir weiterlaufen. Ja, ja. Guck, wir leben noch. Ja. Ja. Hat super funktioniert. Warte mal, bevor wir da reingehen. Na, okay, egal. Egal. Hat sich. Hm. De, 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 de. Ich würde so gerne gegen die Kämpfen. Die geben so viele Punkte. Typisch. Nee, Punkte. Wow. Da ist ein Kopf, ich will da hin. Scheiße. Toll ist da jetzt gleich weg. Egal, wir haben den Schädel, das passt. Können wir das Ganze nochmal laden. Ja. Ich weiß, wenn man schon weiß, dass die verrecken, das ist echt langweilig. Stimmt aber schon. Na ja, Punkte eingeheimst. Typisch. Wir haben den Schädel, das ist gut. Ich kann das einfach nicht lassen. Nö. Wir holen zu auch. Nein, mein Medi-Kit. Darunter? Ja, da hat sie mich eh inbrunnen. So, nimm du den Munitionplatz. Touché. Wow. Achttausend Punkte. Oh. Wie geil, wenn du auf dem Kanatenwerfer drauf bleibst, du hast du zwei Kanaten. Und die heimsen richtig ein. Zeig nur keine Munition mehr. Weil man davon absieht, war es lustig. Sehr schön, gut. Hier geht's nicht weiter. Warte, ich brauch kein Medi-Kit. Nee, ich brauch die Munition, bräuchte ich. Aber, siehst du hier noch irgendwas oder muss ich da runtergehen? Nö. Ah, da geht's auch nicht weiter, okay. Zackest du ja bereits. Oh, wir hängen bleiben. Lass mal einen Lauf durch zu gehen. Ja, ja. Meine Punkte. Ich will die Punkte haben. Du kannst was das bringen? Alter, guck mal. Du kannst es auch ziehen. Haha, haha. Entschuldigung. Da lacht sein Herz. Ja, ich sehe was glänzend. Das ist wie die Augen von... Keine Ahnung. Im nächsten Leben wirst du 100 Brune Elster. Nein! 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 Ich weiß gar nicht. Und los geht's. Komm. Ähm, wie läuft das so schnell? Nein! Nein! Lass die liegen! Lass die liegen! Du bist so ein Held. Das ist jetzt so geil. Ich hör das auch gleich nach vorne rennen und die hoffen. Du wachst es. Haha. 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 Okay. Weißt du, da habe ich gar kein Mitleid. Ah! Ich halte jetzt mal das ganze Let's Play auf, bis ich meine Punkte habe. Und davon sind noch mehr Punkte. Die hol ich mir jetzt auch noch. Na ja. Du darfst es auch ein bisschen erlauben, oder? So ist es eigentlich geplant. Wenn ich das mal sagen darf. Jetzt können wir das gerne weitermachen. Aber du bist auch der Einzige, der sich wirklich erlauben kann, das Let's Play aufzuhalten, ne? Wieso? Ja. Na ja, wenn du das am meisten gu... Das vielleicht ist nicht, aber generell... Ich kann mir alles erlauben, ja. Ey, verdammt, bitte halt noch mal ziehen. Wir haben zu wenig Zeit. Warte, warte jetzt bis es geht schon. Warte, bis es geht schon. Warte, bis es geht schon. Warte, bis es geht schon. Drei, zwei, eins. Fuck, Mann. Was soll der Scheiß? Ich bin tot. Fuck! Aber stellt sich hin und schießt noch. Sehr schön. Ach, wir müssen die Waffe noch wechseln. Das habt ihr ja nicht gemacht. Ich schon. Die wollen mich alle verarschen. Alles E-Zeit. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Warte mal, halt das mal... Ah, ne, schade. Ich hab gedacht, das geht eigentlich automatisch schon raus. Weil das nur eins rausgeht. Ja. Auf die Plätze. Fertig. Schluss. Hä? Du Arsch, lass schon hier mal über meine Schaltflächen. Schieß! Ich hab ihn. So ein Deppel. Sehr schön. Warte, aber bitte warte. Auf die Plätze. Du bist zwar ein Winz, Mann. Halt, es bleibt... Nein, es bleibt noch nicht unten. Schade. Ich dachte, du kommst mit. Ja. Okay, los. Boah. Ja. Du Dusler. Tut mir leid, das war jetzt einfach nur Glück. Das war... Oh, guck mal. Hast du gesehen? Nö. Ein Schädel, meinst du? Ja. Ey, was denn sonst? Den Hund. Verstörter Blick. Findet, dürften sie das letzte Tor betreten. Warte, wenn die Mission danach vorbei ist. Ich brauch noch... Ich brauch noch 80.000 Funkeleute. Das könnt ihr nicht bringen. Ey. Hey. Oh, bin auch Muni... Hey. Ah, dann hol halt die Munition. Jetzt bin ich zufrieden. Ich darfst wieder entertainen. Du bist wieder... Guck mal, du bist irgend so ein Stammes-Typ, ja? Du hast es doch gar nicht nötig, überhaupt Munition zu verlangen. Du kannst aber nochmal... Ich tu es trotzdem. Wenn ich jetzt mal die Wache wieder n bisschen. Äh? Ich hätte... Ach... Du auch. Das ist schön. Äh? Nooho. 9 von 10... 1 auf Fenster. Ah, Knöchel-geknackst. Verknackst. Scheiße. Warte, vielleicht geht's hier noch weiter runter? Ach, das sind nur noch Punke. Ich komme her. Ähm. Ich hänge hier noch ein bisschen. Das sind Punkte. Komm her. komm her. Ja, danke. Geht da vielleicht irgendwo noch runter? Bei uns für jeden noch ziemlich... Was tust du? Uns für jeden noch ziemlich... Sinnlos Munition verschießen. Ziemlich genau ein Kopf. Ich weiß. Ich dachte, der findet sich hier oben irgendwo. Meinst du nicht? Ja, vielleicht nicht. Deswegen gehe ich jetzt trotzdem durch. Tschüss! Gäh! Okay, Cursor. Nein! Na, Scherz. Fuxieren Sie den Schwung... Achso, du bist wieder raus hier, Ant. Fuxieren Sie den Schwung bei 30 Sekunden in die Feuergruppe. Ja, danke. Ups, keine Absicht. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Oh. Nein! Ups. Spielen wir Fußball? Huch! Huch! Wo bin ich denn hin gesprungen jetzt? Warte. Eine Bombe in der Twister... Achso, du musst ja die... Ach, ja, ja, klar. Der feine Herr muss wieder eh betätet die Sachen einsammeln. Jetzt schieß. Irgendwie überlebst du irgendwie gerade länger als ich. Huch! Uh! Oh! Ich kenn's halt einfach, ne? Würde ich grad noch sagen. Sagen wir mal einen, komm. Hä, wo denn? Was denn? Ach, da hinten. Wind ist schon da, bis dann mach doch irgendwie was nützliches. Oh, so meinst du? Genau so, mach was nützliches. Bring uns beide gemeinsam in den Tod. Ja, wenn wir schon sterben müssen, dann wenigstens gemeinsam. Au! Also, du kümmerst dich um die Diamanten und ich kümmerst dich um den Felsstein. Felsstein. Das ist eine gute Idee. Au! Ich bin tot. Ist mir egal. Du bist auch gleich tot. Ich muss den mal beend haben. Weil ich hier rumflappere. Weißt du, im Metro hast du dafür einfach noch deine Gasmaske, dann ist gut. Ja, wir sind aber nicht im Metro oder sonst irgendwas. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Stirbst du andauernd? Was? Wo ist die Kugel? Also, wo ist die Kugel? Ach, da hinten ist die Kugel. Ich hab die Kugel. Au. Au. Halt die Kugel. Das war jetzt irgendwie Fail. Nochmal, ich kümmere mich um die Kugel und ich mich um die Diamanten. Steh mir nicht im Weg rum. Steh du mir nicht im Weg rum? Ja, mein. Die Kugel hat Priorität. Es ist unfair, worüber es die Kugel ist. Wir können auch nachher nur zurückgehen und deine Sachen einsammeln. Ist okay, aber... Können wir nicht? Doch, können wir. In der Zeit so. Ja, mach einfach weiter, mach einfach weiter. Ach so, kannst du nicht. Witzig, ne? Also, irgendwie ist das, wer es nachher rausschneidet, oder? Besser nicht. Das heißt, wie so... Voll der Noob, der schneidet seine letzte... Ich lebe noch. Oder auch nicht. So echt beeil dich. Oh, schön. Ja, ja. Ja, äh... Bin wieder voll dabei. Hallo. Was soll die Sachen noch holen, eigentlich? Ne, da ist ein Gegner gekommen, oder? Ach so. Ne, da ist ein Gegner gekommen. Was soll man mit Kanonenkugeln aufspachsen? Au! So. Was tust du gerade? Ich geb mir Mühe. Warum? Ähm, werde ich hier noch lang? Weil da irgendwie sieht es so aus, als müssten wir da lang gehen und ich will da lang gehen. Egal. Egal. Da ist noch eine Karte, oder? Meine Punkte! Also, der letzte Schädel ist doch. Hoffentlich ist der letzte Schädel da oben. Ja! Wir sind gut! Goldpfeil von Teza... Te... Te... Skat... Ja, da versteht er. Ganz genau! Warte kurz! Äh, und zwar... Karte... Du willst die Karte sehen. So! Wir sind... Da sind 60.000 Punkte, das können wir noch schaffen. Oh, wir müssen da ins Grab. Inselgrab. Gut. Okay. Ähm, was? Moment, damit. So! Ich brauch noch 6.000 Punkte, bitte helf mir, diese 6.000 Punkte zu kriegen. 5.000? Ich darf noch nicht mehr sterben. Ich hab das Punktabzug. Ja, es gibt Punktabzug. Ah, so! Guck mal, wir spüren schon... Wie viel... Scheiße, diese vierte Folge ist jetzt... Wie achtet? Ich bin noch... Keine Ahnung. Nein, bitte nicht! Schon bald werdet ihr die Finsternis sehen, die der Spiegel mir gezeigt hat. Welche Finsternis? Keine Ahnung, vielleicht geht's dich da aus. Ich glaub, da kommt irgend so'n Gegner oder so. Meinst du? Ich glaub, der mag uns nicht. Noch nicht da draufstehen, da sind Punkte. Ja! Jetzt ist der kleine Morpho zufrieden. Das ist doch schön zu hören. Da, überall. Komm, sammel ein. Braut dir jetzt zwar nicht mehr, aber ich sammel sie trotzdem ein. Ich wär' jetzt sogar so gütig, dir auch Punkte zu geben. Yeah! Freu dich an deinen 88.000. Und... Nur für dich hab' ich mich ja zurückgehalten. Was tust du? Uns da drauf stellen. Stell' dich da drauf. Auf. Das hat sehr viel gebracht. Bin... ... eindeutig überzeugt. Was hättest du davon, mal so kurz zu gucken, was diese Hand kann ohne kann? Ähm... Nee, jetzt. Das ist nicht euer Ernst. Yeah. Oh, komm, schau'n. Aber die hat ne höhere Durchschnackskraft als so manche andere Waffe. Die hat fast gleich viel wie der Kanadwerfer. Das ist natürlich sehr geil. Deswegen tausche ich die jetzt... Halt ne, Quatsch. Deswegen tausche ich die jetzt aus gegen... Hä, wieso hab' ich die nicht wusste denn die? Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich will noch heute mal an. Wieso hast du den? Ich hab' den nicht... Ach klar, weil nur du die Punkte erreicht hast. Ist natürlich doof. Dann kriegst du auch nur du die Waffe, ne? Ey, das ist ja beschissen. Ist ja voll doof, ne? Weil mit der fang' ich jetzt grade echt nichts an. Äh, irrebeleidigt. Okay. Nicht mein Problem. Hallo. Okay, geht nicht. Komm, komm jetzt, komm, komm. Ey, wir haben noch ne Pfeil bekommen. Da, guck. Streusel und Machtschuss. Das ist geil. Das ist natürlich ne super Kombi, ne? Weil das andere hat Streusel und Machtbombe. Mit ner Machtbombe fahr ich nicht so viel an wie mit ner Machtschuss. Weißt du, dann... Hat's doch noch genommen, dass man nachschaut, gell? Mach' ich doch kurz. Nächte Seite. Sehr schön. Okay. Und jetzt... Schau was dann mal da oben rum, oder? Zieh ich mal an diesem Hebel. Und du ziehst dann auf der anderen Seite an dem Hebel dann. Ey, dann musst du mich aber schnell mitbegleiten. Oder? Ne, es sollte reichen. Ich muss ja... Achso, ne, das ist egal. Man kann die auch unabhängig voneinander ziehen. Du musst die gar nicht festhalten. Ne? Keine Ahnung. Der ist gerade noch nicht reingerutscht auf jeden Fall. Wahrscheinlich rutschen die mit der Zeit rein. Nö. Jetzt. Ist das sehr gut gemacht. Hä? Mit da hoch, mit da hoch. Ist ja mal bisschen doof. Hallo. Bin safe. Du auch. Juhui. Ich hab die Handkanone. Ich dachte, die wär cool. Aber die ist gar nicht cool. Aber... Ich hab die Handkanone. Aber... Ich hab die Handkanone. Ich hab die Handkanone. Ich kann die Folge beenden. Nein. Doch. Doch.